Hey! Mir geht die Pumpe. Mir auch. Die Pumpe geht mir. Du weißt ja, wie ich... Viele von euch wissen wahrscheinlich auch, wie ich im ersten Layers of Fear, also im Hauptspiel, da gesessen habe. Nun... Scheiße, es tut mir so leid. So, wo wir den Akzent gesetzt hätten. Du brillst nicht weiblich genug. Du kannst es nicht aufmachen. Nein. Ich hab ganz schwitzige Hände. Doch, kannst du... Ich mach das nicht auf. Das bin nicht ich. Ja, dann musst du gleich laufen. Warte mal. Ich kann nicht laufen. Du verfickter Motherfucker! Du musst lachen. Das war doch lustig. Ha, 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 ha. Warum? Warum? War es zu langsam, was? War es zu langsam, was? Ja, noch zu langsam, so. Der Leben nicht sterben soll. Dann wäre ich jetzt auch da. Der Leben einfach nicht sterben soll. Das war alles gut. Muss man denn... Also... Die Reihenfolge ist... Oh! Tschüss! Die Reihenfolge denn irgendwie wichtig? Ich hab die Augen zugemacht, ich hab die Augen zugemacht. Das ist unfair. Das ist unfair. Ne, ne, du kannst ja wieder spielen. So was jetzt passiert. Weiß ich nicht. Nichts. Ja, du willst ja auch unbedingt nicht spielen. Mann, ich sitz halt hier. Ich kann mir gerne die Tastatur rüberschieben. Dann spiele ich halt. Das war so klar, das war so klar. Ich wusste es. Ich hab's gefühlt. Ich wusste, ich bin eine Partikunde. Das war jetzt die Strafe. Das war die Strafe. Ein paar Sekunden davor. Ich war ein paar Sekunden, aber ich wusste es. Ich hab's im Anfang gewusst. Ah, guck mal. Ja, das ist der Moment, wo du spielen möchtest. Würde ich jetzt auch sagen, wenn ich... Mein Sinn ist einfach nicht mehr. Das ist ein Scheiß, Mann. Komm, ich mach. Das ist ja albern. Oh! Oh! Ich hab's. Ich hab's. Da steht's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's.